Die Kultisten hatten Larnet entführt und flussaufwärts nach Norden gebracht. Sie hofften, sie würde ihnen bei der Erfüllung der als Auslese bekannten Prophezeiung helfen. Es gefällt mir auch nicht, aber wir brauchen ein Boot, um die Kultisten zu verfolgen. Wir haben kein Geld. Außerdem gehört dieses Boot den Schmugglern. Und ich weiß aus sicherer Quelle, dass... Einbringlinge! ...dass sie heute nicht hier sind. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge via The Scrolls Legends. Ich muss mal hier jetzt gucken, Gruppe Überlebende, jetzt spiele ich mal hier dieses Dick da. Gucken wir mal wie es läuft. Eine Sache will ich aber noch vormachen. Unmülich frei haben da drüben. So. Alles klar. Gut. Du fängst an. Und dann fangen wir mal an mit dem Hoppla. Dann hätten wir hier einen Wächter. Warte auf, wir fehlen. Das Gift auf einigen kriegen sieht tödlich aus. Meinen wir lieber. So. Mal schauen, was da kommt. Die Macht des Hisst durchdringt mich. Für Glanz und Geterne. Ich hör' Ihr werdet mich nicht ankommen, so ich bin dabei. Diese Bäume geben mir Macht. Ihr werdet mich nicht ankommen, so ich bin dabei. Kaisereich rumbringen. Okay. Die Wasser des Lebens. Was ist das jetzt ein Wächter oder ein Wächter? Verdammt ok Jetzt habe ich es ja eigentlich schon geschafft. So mit dem muss ich den Wächter angreifen. Der Wald ist meine Kraft, mein Mut. Jetzt hat er einen Fehler gemacht, dass er den Wächter dahin gesucht hat. Wer schickt euch? Ihr seht nicht aus wie... Hey! Was ist da oben los? Wachen des Bundes Der Argonja und der Held erkannten ihren gemeinsamen Feind. Der Schmuggler mit Namen Schwimmt in der Nacht stimmt dazu, den Norden zu segeln und die Zauberin zu suchen. Okay, Schwimmt in der Nacht hat sich mir angeschossen. Alles klar. So was ist das jetzt hier? Der Schmuggler schließe Kapitel 8 ab. Ok. Und was ist da drin? Der Schmuggler. Der Schmuggler mit seiner Fähigkeit schnell Magik-Karts anzusammeln und dank seiner tödlichen Kreaturen, die mit einem schlagfeindlichen Kreaturen vernichten können, führt dieses Deck schnell zum Sieg. Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut, ja. Ok. Jetzt noch irgendwas? Fall der dunklen Bruderschaft ist ab sofort erhältlich. Im Shop erfährst du mehr über die neue Kampagne. Kartenupdates. Einige Karten wurden verändert. Schutzzauber. Wenn der Schutzzauber von Breton Beschwerer gebrochen wird, beschwerst du ein 5 für 5. Frostdra... Frostdra... Frostdronach mit Wächte. Tollsturz-Magierin. Schutzzauber. Ich weiß nicht, ob er seine Macht... Ne. Frostdra... 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 Verdopple seine Macht. Okay. Schließe tägliche Quests ab und erhalte Gold, um deine Sammlung zu erweitern. Schau jeden Tag, die tägliche Quests zu erhalten. Schließe Akt 2, die Reise eines Helden. Tür, das ist zu einer größeren Reise geworden als erwartet. Helf mir, meinen Freund zu retten. Dann sorge ich dafür, dass es sich für euch lohnt. Du kannst ein Deck nun in einem Übungsspieler proben oder im Spielenmodus gegen Spieler antreten. Wenn du willst, kannst du auch die Kampagne deinen Schäden fortsetzen. Wähle Profil, um deinen bisherigen Fortschritt zu überprüfen. Im Profil werden deine Sammlung, deine aktuellen Quests und mehr angezeigt. Du kannst ebenfalls dein Avatar sowie deinen Titel ändern, wenn du neue im Kampf erhältst. Mhm. Ich stelle drauf, aber irgendwie. Also erstmal schon für Key. Alles klar. So, dann würde ich mal sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir mal ein Like da, schreibt uns in die Kommentare, abonniert den Kanal. Und jetzt hat sich auch schon wieder bei mir der R-Server verabschiedet. Aber den haben wir jetzt gleich wieder drin. Da kommt er auch schon wieder. Ich finde das Spiel ziemlich geil. Bin mal gespannt, was da noch so alles kommt. Also. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss. Tschüss. Vielen Dank.